Amy LaFoy hat sie als erste entdeckt. Ist sie hier aus der Gegend? Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Haben Sie sowas schon mal gesehen, Buzz? Die Innereien dieses Mannes sind völlig zerfetzt. Dr. Cole Parsons, er war eine Art Physikgenie. Vor 15 Monaten hat er ein Haus am Lynx Creek angemietet. Ich sollte jetzt weiter zum Lynx Creek. Seit dem letzten Mal ist irgendwas mit dem Haus passiert. Ist nicht dasselbe. Der Generator ist ausgefallen. Vielleicht kann ich ihn zum Laufen bringen. Was ist das alles hier? Schwarze Magie-Rituale. Sie haben hier die Pforten zur Hölle geöffnet. Und Parsons, ich sag's dir, der ist die Wurze an der Übelts. Bald bist du wieder zurück. Was hast du getan? Was hast du getan? Was hast du getan? Tu laureasiung, nie? Wir beiden zuvaugähigst! Wall-East! Schreck zu wenigst sondern Peterson. Jetzt w crater ich imaginar. Vielen Dank.